Hallo liebe Fische, herzlich willkommen zurück, ich freue mich auf euch. Heute machen wir es weiter mit der Astrologie der Selbstentwicklung. Egal wie ich die Karten mische, es ist schon, glaube ich, mal zum fünften Mal. Am Ende erscheint die Karte mit dem Tierkreiszeichen Löwe, ich weiß es nicht. Also es ist heute noch kein einziges Mal rausgekommen, ob im positiven oder im negativen, aber es lässt sich immer wieder blicken. Also liebe Grüße vom Löwen, nur das kann ich dazu sagen. Nun, wir machen es heute weiter mit der Astrologie der Selbstentwicklung. Heute werde ich diesen Kartendeck verwenden und wie machen wir es weiter? Es ist so, dass ich überhaupt nicht in der Stimmung bin, einen gewissen Abschluss zu ziehen, zu sagen, ja, das ist Dezember, nun, das Jahr geht zu Ende. Also ich wollte, ursprünglich war meine Idee, dass ich so wie eine Abschlusskartenlegung mache, aber nein, wir machen es weiter. Und zwar optimistisch, energisch und aktiv. Nun, warum? Weil jeder von uns hat ein persönliches astrologisches neues Jahr, der unmittelbar mit unserem Geburtsdatum zu tun hat. Und deswegen, das kalendarische neues Jahr geht zu Ende, aber euer persönliches neues Jahr ist noch nicht zu Ende. Es ist noch ganz viel zu schaffen und das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, dass ich möchte am Anfang des Monats nicht über das Ende sprechen. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Monat Dezember kann aktiv und sehr wichtig für uns alle werden, wenn wir natürlich uns dazu entscheiden. Denn ich kann mir vorstellen, dass im Dezember nicht alles, was ihr geplant habt oder was ihr euch wünscht, praktisch umzusetzen kann. Es sind nun mal viele Feiertage und es ist auch eine ganz besondere Stimmung, aber es heißt nicht, dass wir zum Beispiel an unserem Körper nicht arbeiten sollen. Wenn ihr vorhabt, mit Sport anzufangen, dann machen sie das noch im Dezember. Warten Sie nicht bis Januar. Während dieser Zeit, wir können uns damit beschäftigen, dass wir uns intellektuell, emotional und geistig entwickeln. Das ist auch alles Aktivitäten. Oh, sehen Sie? Es ist alles aktiv, alles bewegt sich, nichts mehr Ruhe. Nun, jetzt werde ich für euch die Karte ziehen und mal schauen, welchen Botschafter für euch im Dezember aktuell werden kann. Welche Charaktereigenschaften könnten Fischen helfen, im Dezember 2021 motiviert zu bleiben, erfolgreich voranzukommen, aktiv zu sein und glücklich den Monat abschließen? Nein, oder? Da gibt es schon eine Übereinstimmung. Welche Charaktereigenschaften könnten Sie daran hindern, voranzukommen, im Dezember 2021? Okay, also im letzten Monat im Positiven fehlen die Eigenschaften vom Stier. Im Negativen, und dieses im Dezember fällt ebenfalls ein Stier. Im Negativen, jetzt ist mal wagen, diesmal schützen. Also, wir bleiben bei dem Stier, Stier, Schütze. Stier und Schütze, positiv. Also, bodenständig zu sein. Vielleicht, das ist das auch, womit ich extra angefangen habe. Wenn kalendarisches Jahr zu Ende geht, das heißt gar nichts. Das ist kalendarisches Jahr. Ihr habt ihr eigenes Lebensrhythmus und das ist das Wichtigste. Bodenständig zu sein, nicht traurig zu sein. Also, hier zum Beispiel, Schütze, das ist immer nach vorne gerichtet. Es kann sein, dass ihr bestimmte Hoffnungen habt oder sich Ziele gesetzt habt, die unbedingt jetzt bis Ende des Jahres erledigt werden sollen. Und unter anderem auch aus den Gründen, die jetzt immer wieder in Nachrichten beschrieben werden oder ausgesprochen werden, auch durch die äußerlichen Einflüssen könnte etwas nicht zustande gebracht werden. Seid nicht traurig. Bleibt trotzdem positiv und anerkennt das, was ihr geleistet habt. Also, nicht sich niedergeschlagen fühlen, falls die Ziele nicht erreicht würden. Das ist der Feld schon zum zweiten Mal. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Ideen, die ihr bis jetzt hatten oder eure Kenntnisse oder Fähigkeiten, die sie bis jetzt haben, die müssten angefangen werden, langsam den festen Untergrund zu bekommen. Also, von das, was sich da auf dem Horizont irgendwo befindet, wenn überhaupt, sollte es dazu kommen, dass sie anfangen, etwas praktisch zu machen. Vielleicht, es kann sein, dass im Dezember, falls ihr sich ein bisschen verloren fühlt, dann machen sie etwas mit den Händen. Sei, sie können etwas mit Polymerton machen oder mit normalem Ton oder mit Holz oder malen oder halt kochen. Stier, Venus, das ist alles das, was unserem Magen und unserem Körper gut tut, damit, falls ihr in dem Zustand seid, dass ihr nicht wisst, wohin damit oder alles ist sinnlos, fängt etwas zu machen, wie ich schon sagte, mit den Händen etwas ganz, ganz Praktisches, etwas, was sie greifen können. Das ist es. Also, hier wäre in dem Sinne zu lernen, wenn etwas nicht erreicht ist, das heißt nicht, dass sie sich verabschieden sollen von diesem Ziel, sondern nicht deswegen panisch werden, sondern zu lernen, hier und jetzt sich gewissen Untergrund, gewisse Stabilität und Fundament zu schaffen und ganz klein anzufangen, die Gedanken, die Ideen praktisch umzusetzen. Also, mein Beispiel, mein privates Beispiel, ist es so, dass ich die Hälfte meines beruflichen Weges kreativ war und die zweite Hälfte war ich dann auch in dem wirtschaftlichen Bereich stetsig. Und ich habe auch eine abgeschlossene Malerausbildung, also als Malerin, und ich dachte mir zum Beispiel, wenn ich das mit der Hand malen kann, dann kann ich das auch in den grafischen Programmen. Oder wenn ich zum Beispiel mit, bestimmt zum Beispiel, wenn ich mit Photoshop gut umgehen kann, dann würde ich auch mit Illustrator gut klarkommen. Das war überhaupt nicht der Fall. Ich war auch eine Zeit lang als Dekorateurin tätig und unter anderem auch als Floristin. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung als Floristin und ich komme sehr gut damit klar. Ich habe ein sehr gutes Raumgefühl. Ich kann mit Händen tollen Kompositionen schaffen, aber wenn ich dann vor den Monitor sitze oder vor den Programmen sitze, ich konnte nichts machen. Also ich musste mir irgendwann eingestehen, dass egal, also hier die Schützen, die Vision, ja, ich möchte zum Beispiel Bücherillustrationen machen oder meine astrologischen Karten gestalten, aber mit dem Programm, ich habe eigentlich irgendwie nicht die Fähigkeit dazu. Also das, was ich da vorher dachte, ach, die Digitaldesigner, das ist ja ganz einfach und das werde ich auch schaffen. Ich musste mir eingestehen, nee, das ist nicht meine Stärke. Und das fiel mir sehr, sehr schwer, sich von dieser Illusion zu trennen. Aber ich musste mir das eingestehen, okay, dann ist es halt so, dann ist es nicht meine Stärke. Meine Stärke hat sich dann entwickelt in der Astrologie und entwickelt sich auch weiter und da habe ich auch immer die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und solche Momente sollten auch im Leben geben, keine Angst zu haben, also manches muss man sich gestehen. Und dann wird der Weg halt leichter. Also nicht, dass es unkomplizierter wird, es wird moralisch harmonischer sein. Und in dem Sinne, also auf diese Zweifel und Verzögerung und auf diese Träume, ja, vielleicht irgendwann könnte ich dies und jenes, wenn ich das und hier, dann, sie verschwinden einfach keine Energie. Also fangen Sie, wenn Sie etwas möchten, entweder fangen Sie das an und dann wird sich herausstellen, haben Sie das überhaupt drauf, haben Sie die Fähigkeiten dazu oder es ist einfach ein Wunsch, ein Traum und wenn es sich so herausstellt, dass Sie doch keine Fähigkeiten dazu haben, das hat jetzt nicht mit dem Fleiß zu tun, dann, okay, dann, gut, dann gehe ich nun mal zu den Ausstellungen oder ich schaue mir und like die Arbeiten von anderen Designern an und wenn ich etwas brauche, dann weiß ich, an wem ich mich wenden kann. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Das war jetzt nun mal ein bisschen persönlich, aber wie ich sagte, an solchen praktischen Beispielen lässt es sich am besten klären. Schreiben Sie bitte mir auch ein paar Beispiele, welche Erkenntnisse Sie nun mal in letzter Zeit erlebt haben. Das ist ganz, ganz wichtig, wirklich, wenn man das auch teilt, dann erlebt man das auch anders. Und am Ende möchte ich eine Ansage machen. Es ist so, dass ich in letzter Zeit, es ist auch klar, aus welchen Gründen viele Anfragen habe, was die Berufsorientierung angeht. Es ist einfach mein großer Wunsch, dass wir uns in diesen schwierigen Zeiten, Gegenseiten unterstützen. Und wie kann ich euch als Astrologin unterstützen? Es ist so, dass ich Diplomkauffrau für Personalmanagement bin und Berufsorientierung ist meine große Leidenschaft, mein Lieblingsthema. Von mir aus möchte ich Ihnen anbieten, dass ich in dem Zeitraum von 4.12. bis zum 18.11. meine Konsultationen bezüglich der Berufsorientierung zu einem vergünsteten Preis anbieten möchte. Ursprünglich kostet die Konsultation 120 Euro und davon werden 20% abgezogen. Warum? Weil viele stehen jetzt so ein bisschen in dieser Entscheidungsphase. Mache ich weiter? Wie geht es weiter? Was sind meine Stärken? Wie kann ich mich entwickeln? Und ich finde, wie ich erwähnt habe, dass wir sollten zusammenhalten und dass wir uns gegenseitig helfen mit dem, was wir können. Ich kann gut Astrologie und mit meinen Kenntnissen und meinen Fähigkeiten möchte ich euch helfen, sich in Frage der beruflichen Entwicklung zu realisieren, weiterzuentwickeln. Am 4.12. werde ich dazu noch etwas in meinem Instagram posten. Aber falls ihr vorher auch schon die Interesse daran habt, ihr könnt mich über das Instagram anschreiben oder über meine Homepage oder einfach über die E-Mail-Adresse, die auch unter dem Video angegeben ist. Lasst uns gegenseitig unterstützen. Bleibt gesund. Und nochmal, warum dieses Zeitraum. Am 4.12. findet das Sonnenfinsternis statt und am 18.01. werden sich die Mundknotenachsen in das Tierkreiszeichen Stier-Skopion wechseln. Und das Thema ist sehr, sehr starke Zeit. Ich möchte das wieder dazu nützen, um uns die Frage zu stellen, wie geht es weiter. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.